Es ist Halloween! Ja, die Amis haben es ja vorgemacht und seit Jahren ist auch Europa im Rausch. Es wird immer mehr. Im Babylon Kino in Berlin-Litte können sie Halloween aber auch ausgesprochen stilvoll feiern. Dort spielt heute das Metropolis-Orchester Berlin live die Originalmusik zum Grusel-Schocker-Nosferatu. Und unser Mann fürs Grauen ist Andreas Jakob. Er ist für uns dabei. Hallo! Ich wusste gar nicht, dass ich so gruselig auf euch wirke. Gut, aber vielleicht liegt es auch einfach an dem Sarg, in dem ich heute drinne liege. Das ist nicht etwa das neueste Modell von Kinosessel, das hier im Kino Babylon ausgestellt wird. Nein, es ist natürlich eine Requisite, um so ein bisschen gruselig zu machen. Und? Gruseln Sie sich? Ja, es gibt außerdem verkleidete Menschen und außerdem auch einen sehr, sehr gruseligen Film aus dem Jahr 1922. Ein Film, der Ihnen mit Sicherheit nichts sagen wird, denn es ist ein Stummfilm. Nosferatu. Und weil der so stumm ist, gibt es Live-Musik, eingespielt vom einzigen Kinoorchester Deutschlands. Vor zwei Jahren gründet Dirigent Burkhard Götze das Metropolis-Orchester Berlin. Zusammen mit 15 filmaffinen Musikern hatte er sich zur Aufgabe gemacht, die Stummfilm-Ära mit neuem Leben zu füllen. Für Murnaus' Film Der Gang in die Nacht wurde eigens eine neue Musik komponiert und aufgenommen. Die Uraufführung findet dann am 1. Dezember im Zeughaus Kino statt. Auch für die Musiker ein ganz besonderes Ereignis, wie der Kontrabassist Jörg Potratz aus eigener Erfahrung weiß. Das, was wir machen, ist eben live. Das ist der Unterschied. Hier wird nicht eine Konserve vorgeführt mit Popcorn und die Leute sitzen da, sondern die Leute sehen uns und hören uns und kriegen den Film sozusagen mit. Und das ist eine besondere Atmosphäre. Macht Spaß für uns, genauso viel für das Publikum. Diese sehr besondere Atmosphäre gibt es nicht nur heute, sondern auch an weiteren Abenden hier am Kino Babylon. Es ist nämlich das Festival Best of Murnau. So, wer ist Murnau? Mit ganzem Namen heißt er, ich habe den Namen, glaube ich, Friedrich Wilhelm Murnau. Das sind so diese ganz alten Namen, wo man nie genau weiß, wie ist jetzt der Vorname eigentlich wirklich gelagert. Also, Friedrich Wilhelm Murnau ist der Regisseur. Ja, und der wäre in diesem Jahr 130 Jahre alt geworden. Deswegen ein kleines Festival. Und ausgedacht hat es sich dieser recht tot aussehende Mann. Hallo, er ist der Dirigent. Herr Götze, wie geht es Ihnen? Sehr gut. Ich habe mir heute tatsächlich auch noch mal kurz angeguckt. Nosferatu, wollen Sie kurz hochkommen? Dann muss ich das Mikrofon nicht so weit reinhalten in den Sarg. Man weiß nicht, ob es auch wieder rauskommt. Ich habe mir Nosferatu heute kurz angeguckt und hatte das Gefühl, so grusig ist das Ding eigentlich gar nicht. Wie geht es Ihnen, wenn Sie den Streifen sehen? Warten Sie erstmal unsere Musik ab. Im Zusammenspiel mit der Musik ist der schon doch sehr gruselig. Wie schwer ist es für Sie als Dirigent, während Sie Grusel spüren, dann aber auch dafür zu sorgen, dass Musik und Bild synchron bleiben? Das ist in der Tat nicht ganz einfach. Man muss eine genaue Tempovorstellung haben, wie es in der Partitur steht. Man hat Synchronangaben in der Partitur, was genau im Film passiert. Aber man hat keinerlei technische Hilfsmittel. Da muss man das wirklich sehr natürlich machen mit Tempogefühl. Technisch alles sehr herausfordernd. Es ist ja nicht der einzige Film, der hier heute läuft von Friedrich Wilhelm Murnau. Jetzt kann ich den Namen nämlich. Es gibt weitere Filme. Hatten Sie für alle Filme musikalische Vorlagen schon auf dem Schreibtisch? Noch nicht. Für Der letzte Mann, den wir am 5.11. am Montag spielen, ist die Musik ganz neu für uns komponiert worden. In den letzten drei Monaten erst von Richard Siethoff, einem jungen, stumpfigen Musiker. Es ist eine ganz großartige Musik geworden und es lohnt sich unbedingt dort hinzugehen. Ja, da freuen wir uns drauf. Dankeschön. Vielen Dank auch. Das Festival Best of Murnau zeigt neben Nosferatu weitere Filme von der Regielegende. Zum Beispiel Der Gang in die Nacht. Das Liebesdrama aus dem Jahr 1921 gehört eher zu den unbekannten Werken des deutschen Regisseurs. Friedrich Wilhelm Murnau erzählt eine tragische Dreiecksgeschichte eines Arztes, einer Tänzerin und eines blinden Mannes. Heute Abend und auch am 2. November Nosferatu, Murnaus Horrorklassiker über eine Reise nach Transsilvanien und der Begegnung mit dem blutsaugenden Vampir. Die Vorpremiere von Nosferatu. Um 19.30 Uhr geht es los. Die Vorpremiere von Nosferatu. Der Saal füllt sich so langsam und wir nutzen noch kurz die Gelegenheit, um über den Hauptdarsteller zu reden aus Nosferatu. Der hieß Gustav von Wangenheim und das ist seine Enkel Laura von Wangenheim. Warum hat Ihr Großvater damals eigentlich diese Rolle bekommen? Zum einen glaube ich, weil er schon sehr viel Erfahrung hat. Er hat schon fünf Filme gedreht. Zum anderen aber auch, weil er als Charakter sehr gut als Gegenspieler zu Max Schreck gepasst hat. Der gruselige, das grauen verkörpernde Vampir und im Gegenzug der weiche, sanfte, fast feminin wirkende Gegenpart. Haben die sich also ganz gut ergänzt. Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie zu Hause auch ab und zu noch Sturmfilme gucken. Das ist ja jetzt nicht so ein Filmerlebnis, was so nebenbei mal wegzugucken ist wie bei so einem Tonfilm. Warum machen Sie das? Ich mache das, weil die Emotionen viel stärker sind bei einem Sturmfilm. Also das Zusammenspiel von Mimik, Gestik und Musik, das ist etwas, was einen doch immer noch sehr stark berührt und zeitlos ist. Möglicherweise ein Feuerwerk der Emotionen heute Abend. Dankeschön, viel Spaß bei dem Film. Wenn Sie Lust haben, sich ein Werk von Friedrich Wilhelm Monau anzugucken. Am Montag gibt es den nächsten Film, Der letzte Mann, dann auch mit ganz neu komponierter Musik. Da gibt es noch Restkarten. Und falls Sie generell sagen, ich weiß gar nicht so richtig, ob das was für mich ist, so ein Film, wo die Hauptdarsteller den Mund nicht aufmachen. Ich empfehle Ihnen zum Ausprobieren, RBB Fernsehen zu gucken, 17.55 Uhr jeden Tag. Da läuft es Sandmännchen und das ist seit Jahren sehr erfolgreich, damit die Klappe einfach zu halten. Mache ich jetzt auch. Tschüss. Danke, Andreas. Ja, das ist ein guter Tipp gewesen. Mann, hast du abgenommen?